Deine Freundin fragt dich nach deiner Meinung. Ich brauche jetzt mal ganz kurz deine Hilfe. Soll ich heute das Helle oder das Dunkle anziehen? Vielleicht das Dunkle? Was? Das Dunkle? Ich habe gehofft, du sagst das Helle. Ja, alles gut. Dann nimm doch das Helle. Nein, damit hast du quasi gesagt, dass das hässlich ist. Aber alles gut. Ich bleibe einfach zu Hause.